Aber der lebt daheim und ist ekelhaft. Und wie lange dauert das, bis es dir dann aufsteht? Ah, das ist unterschiedlich. Ah, es klappt aber. Oh, oh. Irgendwas? Was zum Teufel? Du hast es getötet, oder? Ja, aber warum? Das Esser hat ihm nicht geschmeckt. Das, was du Mis writing? No. Vielen Dank.